seelenverwandt von norbert van tigelen kennst du diese wellenlängen die man nicht erklären kann lernt es einen menschen kennen der vertrauen prompt gewann man hat sich noch nie gesehen doch es herrscht verbundenheit denkt sehr oft genau dasselbe als kennt man sich lange zeit diese einklang zweier seelen setzt dich durchaus manchmal matt wenn du merkst dass so ein fremder zu dir so nen zugang hat doch es kann dich auch beruhigen wirken wie ein elixier wenn der andere dir leist mitteilt sei beruhigt ich bin bei dir